So, und hier unsere Brüsten-Effung. So, war's schön? War's schön, Karli? War's sehr schön. Guck mal, dort ist ein fieses Teil, das rotiert ohne Ende. Das haben wir noch nie gemacht. Die Mutti hat gerade gefilmt uns hier und wir hatten die Bahn für uns total alleine. Guck mal, hier ist der Bruder, der ist auch mitgefahren. Das war's. So.